Wie ist der Flughafen-Linz für die Stadt Linz? Wir sind aber auch gleichzeitig für die Bevölkerung das Tor zur Welt und wir helfen, dass die Menschen in Urlaub reisen können oder aber, dass sie zu ihren Geschäftsterminen von hier wegfliegen können. Kindheitstraum ist wie bei vielen natürlich immer gewesen, Pilot zu werden. Das hat sich bei mir nicht ganz ergeben. Ich bin wohl bei einer Fluggesellschaft gelandet, aber eben im Büro und nicht in der Luft. Das war eine spanische Fluggesellschaft, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin dem Luftverkehr jetzt am Flughafen auch treu geblieben. Das war eine spanische Flughafen.